Hallo, hier ist der Chef. Willkommen zu diesem Gamer Arena Video. Ich spiele heute Dead Light. Und zwar werde ich in Zukunft öfters solche Spiele spielen. Dies ist ja eine Art Indie-Game oder Plattform-Game, wie man es auch kennen will. Ich werde einfach verschiedene Indie-Games testen und ja, mit euch anspielen. Ich werde jetzt hier einfach mal starten. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt und ich bin mal ganz kurz ruhig. Wenn sie zu gehen, werden sie sterben. Das ist so, wie du bist, Carla. Schau dich selbst. Oder so hier... Einfach hier Frauen töten oder so. Nach Patienten Null. After the storm came the calm and silence that make men crazy. Carla! Carla! Why? Why? Randy? Kannst du mir erzählen, was hier passiert? Sie hat überall gebeten. Sie wusste, dass sie nicht nachher gehen müssen. Sie ist tot. Sie ist tot. Sie hat sie tot. Sie hat sie tot. Sie hat sie tot. Sie ist tot. Was hast du getan? Warum? Wir würden alle sterben, jetzt, wegen des Ihrer Little Sister. Wie viele Mal haben wir gesagt, nicht zu separieren von der Gruppe? Nun. Nun. Sie hat sie noch mehr Zeit. Sie hat sie noch mehr Blick auf den Militärn. Wir kommen zu dem Militärn, wie du so viel zu reden, Grandpa. Oder wir sterben hier. Wir sterben hier. Die Radio-Message sagte, dass es hier war. Hier ist ein bisschen mehr als fünf Meter. West. Let's raus! Komm! Ich werde nicht hier mit meiner Freundin. Wir sind hier allein. Nichts kann jetzt sein, Stella. Sam, Ben, Stella! Geh raus! Get to the scene! I'll meet you. Ich muss mich finden, meine Familie. Es ist der einzige Ort, sie können zu gehen. Bleib ruhig, Randy. Und gute Glück. Ich weiß, wir werden sie finden. Der Tag war nicht der Beginn von nichts, oder der Ende von etwas. Es war nur ein weiterer Tag. Ein Tag wie jeder andere. Die Welt sterbte. Und wir waren ihre Überzeuger. Haare. Okay, okay. Ein bisschen pervers, würde ich sagen. Aber na gut. Nehmen wir Haare von ihr mit. Ja, da sind wohl noch mehr. Dreht durch die Tür ein. Höhe. Ah, der Loser. Der Loser. Also, ähm... Ja, es ist eben so ein... 2D, ähm... Ja, links. Rechts halt eben, und oben, unten. Richtig... Oh 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 oh. Kurz zum Spiel. Ich selber hab... Ich weiß eben auch gar nichts. Oh what the fuck. Woah 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 woah. Go go go. Ja. Ich hab mir das einfach gedownloaded. Also war ich steam. Und... Ja. Das macht, finde ich, einen ganz guten Eindruck. Okay, jetzt hab ich hier irgendwie... Ja, dann kann ich auch noch. Jo, schließen. Ja, ganz toll. Okay, okay. Geiz, wir weiter. Diesmal schaffe ich den Sprung. Waaah, grad so. Schieb. Was ist der Hulk? Okay. Noch ein Toter. Geheimnis gefunden. Okay, der Ausweist eines Fremdens. Äh, wo muss ich hin? Oh. Ja, das ist immer ja wieder hier. Schön. Vielleicht schon mal. Bin ich hier fest? Vielleicht muss ich, muss ich da runter? Ich glaub ja nicht, oder? Vielleicht da oben ja wieder. Ja. Ah. Nö. Okay. Ja, da komm ich gar nicht mehr raus. Ah. Ah. What the f- What the- What the- What the- What the- Okay, okay, okay. Das war... Fail hier. Ähm, aber ich weiß auch nicht, wo es da weitergeht. Geht euch mein, äh... Ich hab jetzt ja wieder oben hier ein Sport. Ja, da oben ist meine Kraft, glaub ich. Die, äh... Ja. Ja komm. Untersuch mal, dass ich mir da... Ah, kann ich das noch? Ah, okay. 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 Ich habe verstanden. Ja, bleibt Schild da stehen. Macht's mannsch. Und hinterher... Es... Ah, what the f- Es, ich hätte lesen sollen. Okidoki. Okidoki. Es geht weiter. Es geht weiter. Es geht weiter. Ah, es ist gut. Oh, come on. So. Ich mach das jetzt einfach so wiesig, dass die gehört. Und... Oh, go ahead. Oah... Oah... Okay... Jetzt geht's hier oben. Was gibt's da nettes? Oh, da komme ich nicht mehr hoch, gell? Ah... Das TRG... So, okay... Setze die Umgebung deiner Gegner ein... ...und lass die Heladung auf den Schatten fallen. Aua... Das hat sicher... ...will getan. Na gut. Vielleicht sind wir mal wieder draußen hier. Yoioioi... Vielleicht schon wieder hier am Losrennen. Oh... Na, jetzt schon. Hopp... ...hoop... ...hoop... ...ja... 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 ...also das fängt ja schon mal gut an hier. ...ja... ...ja... ...n bisschen da drüber... ...hey... ...also mit spring schon mal nicht... ...ja... ...also mit spring... ...ja... ...ja... Ich glaube ich muss da echt springen. Oh, come on, boy. Oh je, wie soll man das denn? Es geht doch nicht. Also, also jetzt hier, ich schaffe es, ich schaffe es. Vor allem da unten ist ja auch gar keiner. Muaah. Oh no. Echt? Tipp oder sowas wäre auch nicht schlecht. Und da steht auch noch nichts drin, irgendwie. Und sonst noch irgendwas zuerst sagen. Ist das Hocke? Ah doch, wir rennen doch. Guten Morgen. Also ganz einfach hier. Und ich hänge mich da natürlich wieder auf. Ah, die halten da im Auto. F. Verspotten. Ah. Idiot. Idiot. Na ja, so sind sie halt. Die Zombies. Ah. Strom abschalten. Und der Bandskasten. Toll. So bin ich jetzt der Ober geklettert. Oh. Egal. Okidoki. Äh. Ah, ich weiß, was du dich da hochgeklettert hast. Oh, hopsala, hopsala. Okay, jetzt geht's wieder. Ab in die Wildnis. Oh, oh, oh. Oh, oh. Erwägung und Schall. Okay. 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 Ich werde hier mal einen Cut machen. Ähm. Ja, ich denke, ich werde noch einen zweiten Part dazu machen. Das ist doch ganz spannend. Also das ist Dead Light, um mal einen ersten Eindruck zu haben. Ja, wir sehen uns dann vielleicht ja beim nächsten Mal. Tschüssi.